Es ist 5.6 Uhr, das erste Rennen des Nachmittags, die Gitterhitter gegen die ganz schlauen 2.0. 22.0. Die ganz schlaue Leichteführung am 2. Die ganz schlaue Leichteführung. Gitterhinter, ganz nicht dran, nur noch ein. Ganz schlaue Leichtführung. Ganz schlaue Leichteführung. Die ganz schlaue Leichteführung. Das war ein Bein, die es angekündigt war.